Moin Hallo, Hi bei mir Also ich meine heute ein kleines Video für mich zu promoten auf einem anderen Kanal Das ist der Kanal von T-Wet-Tiger Du siehst schon gerne einen YouTube-Konkurrenz Blablabla machen, also ich muss mich gerne an YouTube durchsetzen Und ja, da geht dann noch immer raus, dass der in unsere Rewego und sein Kanal Da hat er ein Like, kriegt's, da der mich mit dem Video likt Aber demensinnig nicht mehr mit dem Lützebäuerkanal hinweg, sondern mehr mit dem deutschen Kanal hinweg Dafür gebe ich euch von euch gleich froh an, dass der dann rüber geht Und dann, wenn du nicht mehr likt, also wenn du mir ein Video likt, kommentiert, was Zeug hält Aber wirklich, so viel machen wie möglich, ne Ich bin jetzt schon noch vier Uhr aus, Merci Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao Ciao